Oberwarnberg Oberwarnberg zählt 24 Häuser. Davon sind 13 bewohnt mit 60 Einwohnern. Dazu etwa ein Dutzend, die in Amerika leben. Der Ort gehört zur Gemeinde Langenton und zur Pfarre Unterwarnberg. Die Kapelle ist dem Heiligen Matthias gewidmet. Die Dachrinne führt in die Zisterne, wo das Wasser aufgestaut wird, für die trockene Zeit. Die Kirche am Petersberg. Berghöhe mit einer uralten Filialkirche, St. Peter, die der Pfarre Seisenberg angehört. Hier war früher einmal ein Beobachtungsturm, beziehungsweise Spähturm, von wo aus man die Einfälle der Türken und andere Elemente beobachtete und Warnsignale ins Land schickte. St. Peter, die der Pfarre, der der Pfarre, der der Pfarre, der der Pfarre, der der Pfarre. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020